Wir präsentieren euch die Nominierten des Father & Son Award in der Kategorie Best Picture International. Nominiert sind 12 Years a Slave Nebraska American Hustle As I Lay Dying Captain Phillips Dallas Buyer Club Der Butler Die Jagd Genuggesagt Inside Llewyn Davis Blue Jazzman Rush, alles für den Sieg Short Term 12 The Place Beyond the Pines Das erstaunliche Leben des Walter Mitty Wir wollen diese Auswahl noch etwas verkleinern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Wählt eure Lieblings 5 Filme dieser Liste aus und schreibt sie in die Kommentare. Mit etwas Glück könnt ihr sogar etwas gewinnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.